Willkommen zu Blogreporter, deinem Kanal für die Themen Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Und schön, dass du wieder eingeschaltet hast, diesmal zur Bitcoin-Chart-Analyse für die aktuelle Woche, Kalenderwoche 45. Das heißt, wir haben nur noch 8 Wochen bis zum Jahresende. Und wir hatten ja jetzt endlich mal so ein bisschen Action in den letzten Tagen, was den Kurs angeht. Und jetzt hat sich jetzt in der letzten Woche, in der Kalenderwoche 44, aber etwas zusammengebraut, was wirklich, wirklich interessant ist. Ich möchte schon fast sagen, hopp oder top für den Bitcoin. Was das ist, das besprechen wir jetzt gleich im Video. Das heißt, alle Informationen in diesem Video. Viel Spaß und viel Erfolg mit Kryptowährungen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute, wie gesagt, Kalenderwoche 45. So Richtung Jahresende gehen wir. Wir haben heute eine wirklich, wirklich spannende Kursanalyse vor uns. Letzte Woche war es ja auch schon durch diesen Pump sehr interessant, wo die Reise hingehen würde. Und wir schauen uns gleich mal an, was denn die Prognose vom letzten Mal war, wie es sich quasi die letzte Woche entwickeln hätte sollen, was sie jetzt tatsächlich getan hat und was jetzt kommende Woche auf uns zukommt. Und ich glaube, wir fangen dann auch einfach mal an, wie immer auf meinem Dashboard. Wenn du in meiner Telegram-Gruppe bist, dann kennst du zu diesem Dashboard schon ein paar neue Informationen. Wenn du auch quasi diese exklusiven Informationen haben möchtest, dann blende ich dir jetzt hier mal, wunderschön präsentiert, den Link an zur Telegram-Gruppe. Den findest du aber auch unten nochmal in den Shownotes. Also fangen wir an. Ja, es hat sich nicht viel verändert. Die Dominanz von Bitcoin ist unverändert. Der Preis ist, ja, auch, also der Top 5, die Veränderungen jetzt in den letzten 24 Stunden relativ uninteressant. Du siehst es hier schon. Wir haben hier so eine leichte Seitwärtsbewegung. Deswegen ist auch der Preis nicht so interessant. Und so sah das Video von der letzten Woche aus, was wir haben. Und hier hatten wir zum Schluss ja zusammen analysiert, dass es eventuell nochmal eine kleine Korrektur geben könnte und der Trend dann eher seitwärts gerichtet sein wird. So sieht der Kurs aktuell aus. Das rote Fähnchen sieht man jetzt gar nicht mehr. Das ist relativ lustig, weil es jetzt hier unten drunter ist. Es ist im Prinzip genau das eingetreten, was wir zusammen uns auch angeguckt haben. Wenn wir das ein bisschen vergrößern, dann siehst du das Ganze. Das heißt, wir haben hier wirklich unseren Pfeil, unseren Abwärtstrend und die Seitwärtsbewegung. Und das Ganze ist jetzt ziemlich spannend. Warum? Werden wir jetzt klären. Wir machen jetzt nochmal kurz so eine Bestandsaufnahme, was wir hier haben. Und zwar hatten wir ja hier immer eigentlich unseren übergeordneten Abwärtstrend, den wir hier haben. Und wir sind immer schlechter geworden, immer schlechter geworden. Den haben wir dann durch diesen Pump in der vorigen Woche durchbrochen. Positiv ist zu sagen, dass wir das Ganze jetzt als Support-Linie nutzen können. Du siehst es jedes Mal, wenn der Preis hier runtergelaufen ist. Wir können es auch nochmal ein bisschen größer machen, damit es noch deutlicher wird. Das heißt, wir haben hier immer wieder diesen Support angetestet. Er hat gehalten. Du siehst hier der Körper dieser Candles. Wir sind aktuell im Tageschart. Das heißt, das sind die einzelnen Tage, die du hier siehst. Hier wurden keine Käufer mehr oder Verkäufer gefunden. Wir sind hier drüber geblieben. Die letzten Tage waren eher positiv. Die aktuelle Kerze läuft selbstverständlich noch. Sieht aber alles andere erstmal als gut aus. Wir haben hier unseren Widerstand und genauso wie unseren Support wurde auch dieser hier angetestet. Am Anfang gab es hier nochmal so ein bisschen die Ausbrüche und dieser Versuch eben dort hinzukommen. Aber auch hier scheint so langsam die Luft auszugehen. Deswegen Hopp oder Top für den Bitcoin. Schaffen wir diese 9500 ungefähr zu durchbrechen oder werden wir, falls wir abermals hier abprallen, hier wieder runter unter die 9000 fallen. Das ist nämlich dann sehr wahrscheinlich bzw. der aktuelle Support. Wenn wir uns jetzt mal so eine Linie einzeichnen wollen, der ungefähr jetzt auf diesem aktuellen Support liegt, liegt roundabout bei 9000. Nochmal, das ist ja keine Chartanalyse, auf deren Basis du traden solltest. Das ist einfach nur quasi wie die Bundesliga. Wir schauen uns an, wie der Bitcoin performt. Und du weißt ja, es wird so lange gespielt, wie es Bitcoin Meister ist und in diesem Fall eben nicht Bayern München. Genau, also das sind diese zwei Kurse. 9000, deswegen sage ich auch so Pi mal Daumen, weil 9000 an sich ist eine sehr, sehr starke psychologische Marke. Das ist genauso wie dieser Zehntausender-Bereich, der geknackt werden sollte. Also hier oben dann irgendwann mal. Das ist dann quasi die Marke, bei der dann auch die Tagesschau mit einspringt, besonders die Tagesthemen und berichtet über den Bitcoin. Ja, es ist positiv zu sehen, dass wir über diesen Dreieck sind. Negativ ist zu sehen, dass wir eigentlich immer noch keine Entscheidung haben. Und je länger wir uns seitwärts bewegen, desto schlechter ist es für den Bitcoin. Das haben wir ja jedes Mal jetzt hier gesehen. Wir hatten, auch hier können wir unseren Pinsel rausholen. Wir hatten hier eine Seitwärtsbewegung und sind runtergekracht. Hier hatten wir eine Seitwärtsbewegung und sind runtergekracht. Hier eine Seitwärtsbewegung und sind runtergekracht. Also wenn wir den aktuellen Trend befolgen, wird es wahrscheinlich so sein, dass wir vielleicht, oder die Tendenz ist eher gegeben, wenn wir uns jetzt die jüngste Vergangenheit anschauen, dass wir nochmal runterkrachen auf 9000. Hoffentlich hält dann der Support. Wir wollen uns ja langsam einpreisen beim Bitcoin Halving, wobei ich eher davon ausgehe, dass wir hoffentlich mal einen starken Jahresanfang haben. Das heißt Januar 2020 hoffe ich mal, dass hier ein deutliches Statement kommt der Wahle, dass wir die letzten zwei Jahre vergessen machen und dort dann mal deutlich steigen, anstatt deutlich zu fallen. Aber auch hier, wenn wir uns das Ganze mal betrachten, in der Vergangenheit, was ist passiert nach so einem Absturz? Wir sind hier wieder gestiegen nach so einem Crash, der eingetreten ist und auch hier sind wir ziemlich deutlich auf das alte Niveau wieder angestiegen. Also hier hatten wir ein Level erreicht damals auf das alte Niveau und hier sind wir ungefähr auf das alte Niveau wieder hochgekommen. So, dann können wir das auch mal wieder wegmachen. Wir sollten vielleicht auch mal den Cursor wieder wechseln. Wunderbar. Wir können auch gerne jetzt nochmal in den 4-Stunden-Chart reingehen. Du weißt ja, wenn du in der Telegram-Gruppe bist und wenn noch nicht, dann weißt du es jetzt. Da gehe ich ja meistens in den 5-Minuten- oder in den Stunden-Bereich nochmal runter. Das heißt, wir werden da wirklich tagesaktuell die News dir bereitgestellt. Das wäre dann dein Vorteil. Was das Ganze hier sein könnte, nach der aktuellen Lage bin ich mir da nicht mehr ganz so sicher, weil wir jetzt hier eine komplette Seitwärtsbewegung haben. Aber es sah so aus, lange Zeit, dass wir hier tatsächlich eine Bull Flag haben. Das heißt, ein positives Chart-Pattern. Das heißt, hier haben wir so eine Bullenflagge. Wir können es ja ganz mal so Montagsmaler-mäßig aufzeichnen. Wir hatten hier diesen Pump, den wir haben, quasi den Fahnenmast. Und jetzt hier diese Seitwärtsbewegung, die so leicht nach unten gerichtet ist. Quasi diese Formation hatten wir jetzt hier. Ja, ich weiß, Fear My Epic Pain Skills. Im Normalfall oder das, was solche Charts oftmals aussagen, aber wir wissen ja, Bitcoin verhält sich oftmals anders, ist, dass man quasi dann Bullisch nach oben ausbricht. Das könnte man dann quasi hier nochmal sehen. Also quasi hier die Flagge, die wir hier einzeichnen könnten. Und dann Bullisch eben ausbrechen. Nach der aktuellen Entwicklung mit dem Chart, ich habe mir das natürlich auch nochmal ganz im Detail nochmal angeguckt, sage ich immer noch Hopp oder Top bei dem Ganzen. Beziehungsweise dem Bitcoin geht so langsam die Puste aus. Ich glaube, wir werden erstmal einen tieferen Bereich antesten, wahrscheinlich nochmal an die 9000. Und dann kommt es eben darauf an, was uns denn die Wale versprechen, beziehungsweise wie viel Geld die Wale hier reinpumpen. Wir können ja gerne nochmal das Bild kurz montagsmalermäßig hier einzeichnen von der Flagge, die vielleicht möglich gewesen wäre. Und dann quasi hier unser schönes Fragezeichen für die kommende Woche einfach so stehen lassen. Damit du es nicht verpasst, lass auf jeden Fall mal ein kostenloses Abo da, wenn du es noch nicht gemacht hast. Wenn du mit mir darüber diskutieren möchtest, dann komm wie gesagt in meine Telegram-Gruppe. Wenn dir dieses coole Video gefallen hat, dann lass einen Daumen hoch. Nur so sieht die Videoplattform, dass sie auch anderen Leuten das Ganze vorschlagen sollte. Und ich wäre natürlich super dankbar, wenn du diesen Kanal supportest, indem du dieses Video und diesen Kanal anderen Leuten weiter empfiehlst. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Mach's gut!